Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SplitSecond Folge 10. So jetzt ist EliteRand freigeschaltet. Innenstadt EliteRand mit Cortex und Montex. Innenstadt. Ich bin 5 Punkte vorne mit 31 Punkten. Und dann werde ich auch sein, wenn ich jetzt wieder Erster werde. Niiiins. Immer diese scheiß Selbstzerstörung. Wir haben den nötesten aus. Das habe ich doch vergessen. Ich brauche nur 1 Sekunde. So schnell ist das extra. Doldes Haus war aufschluss einfach 1. Das sind die恐leока, die Weltmeiduration拍thτε Neues machen. So schnell hier bei der Entdeckung der Fluss. So schnell die Fluss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020